Hallo, willkommen zu meinem Video zum Thema Einführung in das Thema rationale Zahlen addieren. Kurz vorweg, was sind rationale Zahlen? Dazu gehören alle positiven, negativen, ganzen Zahlen, wie auch alle endlichen Dezimalzahlen. Und mit endlichen dezimalen Zahlen ist gemeint, alle dezimalen Zahlen, die nicht unendlich viele Dezimalstellen haben. Das Thema rationale Zahlen im Unterricht beginnt jedoch, dass jetzt zu den bereits bekannten positiven Zahlen auch die negativen Zahlen hinzukommen. Für das Verständnis arbeitet man zuerst nur mit ganzen negativen Zahlen. Und die sind am Anfang schon recht schwierig, vor allem wenn man damit rechnen soll. Daher sollte man hier mit einem anschaulichen Beispiel beginnen, mit denen man auch danach sich die abstrakten Angaben vorstellen kann. Mein Lieblingsbeispiel dazu möchte ich euch hier vorstellen. Stellt euch einmal vor, ihr fährt mit dem Aufzug. Und ihr seid in diesem Fall hier Max und der Max ist gerade im fünften Obergeschoss eines Hauses und möchte mit dem Aufzug in das vierte Untergeschoss fahren. Im Erdgeschoss bleibt der Aufzug kurz stehen, damit eine Familie dazusteigen kann. Schauen wir uns die Berechnung dazu an. Der positive Zahlenbereich wird durch die Obergeschosse und der negative Zahlenbereich durch die Kellergeschosse dargestellt. Daher können wir das fünfte Stockwerk, wo Max wegfährt, mit der Zahl plus 5 anschreiben. Den Weg, den der Aufzug vom fünften Stockwerk zum Erdgeschoss zurücklegt, sind fünf Stockwerke und können in unserer Rechnung mit minus 5 als Rechenschritt angeschrieben werden. Danach geht die Fahrt weiter. Max möchte ja ins vierte Untergeschoss gelangen. Diese Fahrt hinunter können wir jetzt mit dem Rechenschritt minus 4 anschreiben. Das Ergebnis unserer Rechnung ist minus 4, weil wir uns ja jetzt am Ende im vierten Untergeschoss befinden. Jetzt kommt aber noch eine Frage hinzu, die in ihrer Berechnung speziell ist. Wir fragen uns, wie viele Stockwerke der Aufzug insgesamt hinuntergefahren ist. Wir nehmen uns dafür jenen Teil aus der obigen Rechnung heraus, die diese zwei Bewegungsschritte des Aufzugs darstellen. Nämlich minus 5, weil Max zuerst fünf Stockwerke hinabfuhr, und minus 4, weil er danach noch weitere vier Stockwerke zurückgelegt hat. Das Wort insgesamt in unserer Frage fordert uns jetzt dazu auf, eine Summe zu bilden und daher eine Addition durchzuführen. Das können wir auch, indem wir die Abfahrten des Aufzugs als negative Zahlen in unserer Rechnung beibehalten und zusammenzählen. Jetzt berechnen wir, in unserer Rechnung trifft das Rechenzeichen plus, Vorderklammer, mit dem Vorzeichen minus, in der Klammer zusammen. Wir wollen die Rechnung jedoch vereinfachen, indem wir die Klammern auflösen, damit letztendlich nur noch ein Rechenzeichen übrig bleibt. Dazu verwenden wir die Regel, plus und minus ist minus. Das bedeutet, dass durch das Weglassen der Klammer eine Subtraktion übrig bleibt. Die Rechnung lautet dann, minus 5, minus 4. Da vor der Klammer mit der Zahl minus 5 kein anderes Rechenzeichen gestanden ist, können wir diese Klammer einfach weglassen. Um die Rechnung jetzt zu berechnen, können wir wieder mit den Regeln arbeiten. Hier lautet die Regel, minus und minus ist plus und sagt uns damit, dass wir die Beträge einfach addieren dürfen. 5 addiert mit 4 ergibt 9. Da wir jedoch zwei negative Zahlen addiert haben, ist auch unser Ergebnis negativ. Anders gesagt ist unsere mathematische Antwort, dass Max minus 9 Stockwerke gefahren ist und meinen damit, dass er 9 Stockwerke hinuntergefahren ist. Wenn ihr die Rechenregeln für die negativen Zahlen lernen wollt, empfehle ich euch noch mein Video Rationale Zahlen addieren und subtrahieren Rechenregeln und mein Video Rechnen mit negativen Zahlen. Ansonsten noch viel Erkenntnisgewinn mit meinen anderen Videos. Tschüss, Baba!